Hallo zusammen. Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Kampftechniken für Fortgeschrittene als Allianz Mönch. Anzunehmen ist diese Quest bei Kapitänin Garik auf der Winsel des Verwandten an dieser Position. Vorquest war viel Fleisch. Die Kapitänin läuft immer woanders hin, also nicht wundern, mal ganz links, mal mittig, mal rechts, also egal wo sie bei euch hinläuft, es ist immer dasselbe zu tun. Nun heißt es Tiggerklaue bei Kapitänin Garik eingesetzt sechsmal. Tiggerklaue bei Kapitänin Garik eingesetzt dreimal. Tiggerklaue ist dieser Skill hier, ist standortmäßig auf der Eins. Tiggerklaue ist dieser Skill. Wurde euch vorher vom Spiel empfohlen es auf die zwei zu legen. Das habe ich da auch gelassen. So, dann mal anfangen. Eins, zwei. Dann mache ich mal diesen Blackout-Rit. Eins von drei. Tiggerklaue, drei von sechs. Blackout-Rit, zwei von drei. Tiggerklaue und nochmal Tiggerklaue, weil es so schön war. So, den Blackout-Rit habe ich jetzt noch einmal. Tiggerklaue. Normalerweise sollte es so Pops und Pop-Up erscheinen und euch Hinweise geben, welche Knopf ihr wickeln muss. Ich habe anscheinend den Bug. Aber wie ihr seht, es geht auch ohne diese Hinweise. Quest ist weit zu Abgabe. Quest ist abzugeben bei Kapitänin Garik. Auf der Winsel des Verbanden an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne mir auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Des Weiteren findet ihr in der Videobeschreibung auch einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut. Es ist okay. Und dann... ... ...